... Alter, der geht doch voll an. Ich glaube eher, dass er viel gemeint hat. Er hat zu mir gesagt, dass es mir ungeraden ist, dass das blöd ist. Aber die langen doch oft für die Taschen. Ja, aber da ist auf jeden Fall weniger los. Nee. Naja. So, ich muss noch was bringen. 1,2,3. So, ich gucke schnell zu mir, weil der macht. Was das? Die Glocke, die mir nicht machst. Ich bin da, zu mir zu mir. Die Glocke, die ich angemettet bin. Das schicken wir heute. Ich glaube hier. So, ich bin da das schon. Ich bin das nicht mehr. Das ist das Schaden. Ich bin da für ein paar Stunden. Hier ist in der Stadion, der man sich angeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Bei dir schon? Naja, beim letzten. Ja, wenn sie gerade einhauen, schon jetzt seien sie es noch. Jetzt sind sie, ja okay, jetzt sind sie auch schassig auch. Jetzt stellen sie das so. Die zwei da. Oh, jetzt ist aber Action gerade. Das musst du auch danach immer so machen, ob sie sich berühren, ob sie sich gegenwärts. Ja, voll. Ja, das ist die Analyse. Boah, das ist doch voll Stress, wenn man am Computer sitzt, ist es doch stundenlang. Über Austausch, gegenseitiges Putzen, Betasten, nebeneinander. Ja, das ist doch voll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020